Safari-Wisserin und Oni-Shin Double Cloud vs. Marv & Lucina Ich bin sehr gespannt hier was abgehen wird So, beide werden hier heftig geab-ehrt, genährt Beide Clouds mit dem Full Limit am Start, ey! Bangerer Winger, die Dungerer Und der Recover perfekt! Wow! 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 Double Cloud Cloud, Cloud, Cloud Beide hier mit Full Limit und der erste ist nicht weg Oh, der erste Cloud verliert seinen Stock Das ist ja mal heftig, Tom Tilgen Oh wow, ah, die fliegen weg, ah, die sterben auf einmal Außer Cloud in Blue Und der klingt von meinem eigenen Kollegen erstmal eine dicke Schwertschelle auf dem Kopf A la i jesu Da findet Cloud aus ein Stock und der andere Cloud folgt dem gleich hinterher Und die fliegen weg, das ist ja auch ein Eck Und der erste ist ja auch ein Eck Und der erste ist ja auch ein Eck Ein leichter Lead für Team Rot Cloud und Cloud Beide mit Full Limit Oh, beide machen näher, näher Wäre cool geworden auf jeden Fall Finishing Touch ist natürlich auch schon getan Aber noch nicht Noch nicht Team Rot Offstage gerade Beide Clouds warten nur Auf irgendwas Ja, da auf sowas haben die gewartet Oh, sowas wird dann verkackt Aber hätte auch eine Abwehr machen können Eine Backyard Hätte auch schon gereicht Aber Wow Und einfach Rasenmäher So, Team Rot und Vorteil hier Mit wenig Prozenten Beide Clouds schon über 120 Außer da Und der erste Clouds verabschiedet sich Oh, beide haben sich mit dem Konter verabschiedet Lell Digga, ich höre was Ein Laubs-Kaust, Digga Ein Laubs-Kaust, Digga Diese Laub, Digga, ich höre so jocke Ja, Team Rot gegen einen Clouds Mal sehen, ob die das schaffen Für Clouds noch alles möglich Aber er wird ziemlich geabärzt Von Schwertern Umzingelt, Day Aber der eine ist weg Und, oh, der ist weg Immer noch sehr machbar hier für Clouds Ein 1 gegen 1 jetzt Okay, eine fragwürdige Down-Air auf jeden Fall Aber jetzt werden wir sehen hier Wer das beste Neutral hat Und ein Last-Hit Zum Kill Weil er eventuell bekommt Oh, Falling Up Air Oh, nice gewartet hier Limit wird aufgeladen Wird es voll bekommen Da hat er es Und die Berge wird es dann auch machen Das hat er dann auch wirklich geschafft hier Der Hesny Und die der Hück ok sie gehen auf Hollow Salm oh die machen Endpunkt Smoker an oh die Endsmoker auf jeden Fall und es geht direkt los hier Cloud Cloud noch gegen Team Rot 1-0 für Team Blue Blue's Clues lentere oh da hat er es Clouder nicht einfach kassiert und da geht er Da sind wir sehr gespannt hier, wie es hier weitergehen wird. Gerade ist noch Team Road mit ein bisschen Lead in Führung hier, ein bisschen Lead in Führung. Da wusste keiner von den Clouds, wer genau jetzt angreifen soll. Und Mav ist sein Stock auch jetzt erstmal losgeworden. Team Blue noch mit einem Lead, auf jeden Fall mit Häschen Stock, der hat noch alle am Start. Aber jetzt nicht mehr, oh beide Clouds sterben, aber jetzt ist auf einmal Team Road im Lead. So schnell kann sie gehen, na ist gut, ist gut. Oh, nice Conversion hier, die Synergy ist auf jeden Fall vorhanden bei den beiden. Clouds, Mark überlebt es auch noch ganz knapp, kommt auch wieder zurück an den Stage. Der hat leider nicht hingegangen, dafür kriegt er auch direkt einen Upsmash. Also ein heftiger Schwertkampf, ne? Alle Schwerter treffen sich gegenseitig irgendwie. Pangi Ponga. Und das war's für Lucina. Oh, ein einfacher Upsmash. Und das war's. Nicht. Wollte Kohl machen und nochmal zurück abgeben, so fußballmäßig. Bang, 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 bang. Oh, ausmash hat es dann auch mal geklärt. 2-0 für Häschen. 1-0 für Häschen.